Was ist das? Ist es wie eine Banane? Das ist die Q-Kid des Jahres. Der Award für das Schlimmste des Jahres. Gibt es dir? Klar! Wir befinden uns hier vor dem Palette Festival in Cannes. Wir sind wieder hier vor dem Palette Festival, hier in Cannes. Bei den 66. Cannes Filmfest spielen. Q-Kid ist für mich eine Möglichkeit, sich zu wehren. Deswegen ist es schon mal viel besser als die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere ist ja auch ein Kritiker-Geschichterl. Das heißt, dort sitzen ja irgendwelche, die glauben, sie sind besser als wir. Bei Q-Kid darf jeder. Das finde ich ganz fantastisch. Ich finde es total lustig, dass es so etwas gibt und dass man das macht. Und ich werde das nächste Mal auf jeden Fall mitstimmen. Ich finde es einfach großartig, weil eine Meinungsäußerung stattfinden kann. Und zwar eine reale, eine effektive, eine frei von Vorurteilen, eine nicht beeinflussbare.